Normalerweise steht man für Interviews am Ausgang, um die Spielerinnen abzufangen, aber heute stehen wir am Eingang. Aber wir fragen natürlich, um das Phrasenschwein zu bemühen, nach dem Ausgang des Spiels, das heute Eingang in die KEC-Geschichte und die des Kölner Frauen-Eishockey genommen hat. Und wir haben hier Gesa Dinges, Stürmerin der KEC-Frauen, nach ihrem ersten Heimspiel in der Bundesliga im KEC-Trikot. Hallo Gesa. Hallo. Wie ist es denn, das erste Mal zu Hause im KEC-Trikot in der Bundesliga zu spielen? Super. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Stimmung war gut. Es war natürlich auch schön, dass in der KEC-2-Halle wir ein paar Zuschauer laufen konnten zu der jetzigen Zeit. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Und wie sind die beiden Spiele, also gestern das Auswärtsspiel in Mannheim und heute das Heimspiel hier aus deiner Sicht verlaufen? Das zweite war deutlich besser als das erste. Wir sind viel besser ins Spiel reingekommen als gestern und hatten auch ab und zu mal den Puck in der Führung. Und auch mehr Tempo. Also beide Spiele waren okay, aber heute war deutlich besser als gestern. Ja, du sprichst die Führung an. Also sowohl gestern als auch heute seid ihr in Führung gegangen. Und war das irgendwie auch nochmal ein ganz besonderes Gefühl? So von wegen, boah, wir sind hier aufsteigend, wir gehen das allererste Mal überhaupt in unserer Bundesliga-Geschichte in Führung. Also auch heute zum Beispiel. War das nochmal was Besonderes oder war es eigentlich so wie beim normalen Spiel? Ich glaube, in jedem Spiel ist es immer schön, direkt das erste Tor zu schießen, statt immer hinterher zu arbeiten. Ich habe heute nicht daran gedacht, dass es schön ist, als Aufsteigerin die Führung anzufangen. Es war einfach generell für jedes Spiel immer schön, wenn man direkt ein Tor landet. Ja, und wo wir beim Thema Perspektive sind, wie siehst du denn die Perspektive für die Saison und längerfristig für euch KLC-Frauen? Ich glaube, was für uns ein sehr wichtiger Schritt sein wird, ist der Ausbau unseres Kaders. Im Moment haben wir nur bis zu zwei Reihen gespielt. Und das ist natürlich super anstrengend, gegen all diese super besetzten Teams zu spielen. Das sehe ich jetzt kurzfristig als ein sehr wichtiger Punkt für uns. Und das ist aber auch schon in der Mache. Und langfristig denke ich, dass wir uns jetzt nicht so schlecht geschlagen haben in den letzten vier Spielen, dass wir wirklich auch mit mehr Spielpraxis irgendwann ankommen können als legitimer Gegner. Ja, dann würde ich mal sagen, nicht nur viel Erfolg beim Ankommen, sondern überhaupt in der Bundesliga, dir und dem ganzen Team und auf eurem weiteren Weg. Vielen Dank, Gesa Dinges. Vielen Dank.